Was geht ab Freunde, willkommen zum Jack the Ripper DLC, zu Assassin's Creed Syndicate. Vor kurzem haben wir das Hauptspiel abgeschlossen und deswegen dachte ich, ey komm, machen wir denn doch noch den DLC, damit wir dann wirklich die letzten zwei Jahre alle Assassin's Creed bis Syndicate durchgespielt haben, plus DLC. Das wäre auf jeden Fall eine Ansage. Das verdient auf jeden Fall alleine dafür schon ein Like, klar. Werft auch einen Blick in die Videobeschreibung, macht mein Gewinnspiel mit, lasst ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Und ich würde sagen, wir starten durch. Nachdem die Assassinen, die Templer in London besiegt hatten, genoss die Stadt 20 Jahre lang einen gewissen Frieden. Bis zum Herbst des Schrengs. 1888 wird London in Angst und Schrecken versetzt, durch eine Reihe von grausamen und nicht aufklärbaren Morden. Die Bordelle von Whitechapel wirken warm und sicher im Vergleich zu den dunklen Straßen, in denen Prostituierte ermordet und auf groteske Weise der Welt zur Schau gestellt werden. Jacob Fry jagt den schwer zu fassenden Mörder, um dem Schrecken von Jack the Ripper ein Ende zu setzen. Beeilten Sie sich, Mr. Finch. Das ist die Story unseres Lebens. Mr. Weaversbrook, ich weiß, Sie haben noch mehr Briefe vom Ripper. Sie sollten sich doch von mir fernhalten. Sie dürfen sie nicht veröffentlichen. Sie haben einen unbekannten Schurken in eine Legende verwandelt. Das ist genau, was er will. Jacob! Endlich habe ich dich gefunden. Es geht um den Ripper. Er hat es wieder getan. Katie? Oh, bitte nicht. Nein, das darf er nicht. Lizzie? Nicht beide. Derselben Nacht. Nellie, denke an meine Worte. Jetzt geh. Wie viele Assassinen müssen noch sterben, bevor du die Wahrheit sehen wirst? Nur noch einer, Jack. Du hättest glauben sollen, Jacob. Und jetzt werde ich dich jagen. Ich weiß, dass du hier bist, Jack. Hat der Meister des Schreckens etwa Angst, sich zu zeigen? Ich bin dein Schatten, Jacob. Würde ich sagen, legen wir mal los, wa? Also ich habe den DLC, ja, eher Medium in Erinnerung. Wenn das der schnellste Weg zu dir ist. Okay, Tutorial Angst. Der Schrecken, der Jack in London verbreitet, basiert auf seinem Einsatz von Angst. Eines von Jacks Angstgeräten ist der brutale Takedown. Wird der brutale Takedown bis zum bitteren Ende ausgeführt, versetze alle Gegner, die ihn beobachten, in Panik. Heilen sie wie bei einem klassischen Antenat X gedrückt. Das war auch ganz cool. Weiß nicht, ob das jemand von uns kennt. Zu Batman Begins gab es ein Batman-Spiel von EA. Und da haben die das auch so aufgegriffen, dass so denn als Batman quasi den so als Monster erschienen. Quasi wie, äh... War das auch im ersten Temps oder war das im zweiten Temps, wo Batman denn Scarecrow sein eigenes Gas in die Fresse ballert und dann für ihn, dass er für ihn denn so rüberkommt, wie so ein richtiges Monster. Und das war eigentlich ganz... das war nicht schlecht, ey. Das war nicht schlecht. Im Vergleich zu den anderen Batman-Spielen würde ich so sagen, war das schon so auf dem Level wie die Spider-Man-Spiele, die vor Jahren von Activision im Vergleich zu den... von... von Zombie-Games. Gut, aber nicht so krass wie die letzten Spiele. So, genau. Das Angstsystem. Gegner reagieren in drei Abstufungen auf den Schrägen. Okay, also... Ähm... Alter, Alter, Junge! Ich glaube, ich glaube sogar, die haben sich da so ein bisschen inspiriert von Scarecrow jetzt, oder? So wie Jack the Ripper hier auftritt. So ein bisschen. Halt! Willst du mich, Jack? Dann komm und hol mich! Dann, lass boxen! Töte, Jack! Schlitz ihn auf! Mir entkommst du nicht! Komm schon, Jack! Sei kein Angsthase! Stell dich der Wahrheit! Schüsse nicht auf! Du willst du cheien fühlen. Hay, da wusste hin mir atfen, o.s Devil? Klar! Kannst du zurück in dein Loch,�데pay! Krief zurück in dein Loch, kleine Maus! Wo willst du denn hin, Jacob? Oh, Jack, du bist krank. Erkennst du die Ironie nicht, Bruder? Jack. Nur du weißt, wer der Ripper ist. Aber du kannst es niemandem sagen, weil es dich und die Assassinen zerstören würde. Nein, 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 nein! Jack. Jack, wir können dich heilen. Mich heilen? Ich bin die Heilung! Ich bin die Heilung! Untertitelung des ZDF, 2020 Miss Frye Wo ist Jacob? Wenn ich das wüsste. Ihr Bruder ist unauffindbar, während ein ungreifbarer Schatten die fürchterlichsten Verbrechen begeht, die diese Stadt je gesehen hat. Und Sie glauben, das ist kein Zufall? Der Mörder ist wählerisch und leidenschaftslos und hat bisher nicht eine einzige Spur hinterlassen. Ein solches Talent für das Töten ohne entdeckt zu werden, habe ich nur einmal erlebt. Bei meiner Arbeit mit Ihnen beiden. Und deshalb hat Jacob Sie gerufen, bevor er verschwand. Sie meinen, er ist tot? Das würde ich nicht wagen. Doch wenn dem so ist, sind Sie die einzige Person, die den Ripper stoppen kann. Kommen Sie. Okay. Wann werdet ihr dieses Monster endlich erwischen? Wir sind dabei, Mensch. Die Presse scheint immer zuerst davon zu erfahren. Wenn wir ankommen, sind alle Beweise bereits zertrampelt und am nächsten Tag triefen die Schlagzeilen vor Blut. Die paar hundert Jahre zwischen Flower und Dean Street sind so gefährlich geworden, dass meine besten Constables Angst haben, nachts in Whitechapel auf Streife zu gehen. Wie viele Jahre sind jetzt vergangen eigentlich seit dem Ende? Da sind ja einige Jahre vergangen, oder? Gut so, sagt die. In der Presse genießt Whitechapel einen Ruf als Hort der Wilden, Monster und Wehrwölfe, die ehrliche Bürger in ständige Angst versetzen. Ja, denen sieht man die Angst an. Nicht weit von hier wurde Mary Ann Nichols ermordet. Ich kannte sie als Polly, so wurde sie von ihren Freunden genannt. Aber die Frau, die hier starb, ist nicht dieselbe, die ich ein paar Mal im Frying Pan Park traf. Wer war sie dann? Ich habe gehofft, das könnten Sie mir sagen. Sehen Sie bitte selbst. Hier hat der Ripper seinen ersten Mord begangen. Wurde Miss Nichols identifiziert? Ihr Ehemann hatte sie seit elf Jahren nicht gesehen. Er hat diese arme, geschänderte Frau nur kurz angesehen, bevor er die Frechheit besaß, ihr für das zu vergeben, was sie ihm angetan hatte. Die Presse berichtete, dass Miss Nichols den Abdruck eines Rings am Finger hatte. Er wurde gewaltsam entfernt. Dasselbe gilt auch für die anderen Opfer. Ich denke auch hier, wie gesagt, war so ein bisschen Inspiration von Betten, oder? Was meint ihr? Mit diesem Detektiv-Sein. Drücke LT, um die Flugbahn zu generieren. Was? Was für eine Flugbahn? Aber was denn alle? Was? Bilder von mir. Achso. Achso. Ah, okay. Alles klar. Ein Ring, der nur eingeschworene Assassinen tragen. Ich habe Ihren Ring. Ein Assassinenring. Sie muss ihn während des Kampfes weggeworfen haben. Ein verzweifelter Versuch, die Bruderschaft zu schützen. Sie glauben, es gab einen Grund? Ja. Und die Nachrichten beschuldigen die Polizei, mich, die wichtigste Stadt der Welt, zurück in urzeitliche Barbarei verfallen zu lassen. Ich muss mich entschuldigen, Miss Fry. Ich habe noch in Whitechapel zu tun. Guten Tag, Inspektor. Danke für Ihre Diskretion. Ich muss Jacks Einfluss auf die Gangs in London brechen. Ach ja. Da ist man dann leider gezwungen, das wieder zu machen. Es wird wahrscheinlich, glaube ich, kein Vorbeikommen. Ich glaube, man ist wirklich dazu gezwungen. Aber wie viel Zeit ist vergangen? Ich weiß das gar nicht. Wie viel Zeit ist vergangen? Weil der Jack the Ripper, das große Ding, wo er unterwegs war, war ja 1888. Alter. Alter. Krass. Das war ja 1888. Kann man sich ganz gut merken, weil auch dann hier bei uns drei Kaiserjahre. Merkt euch, dass vor einer Geschichte ihr wisst, beschreit. Nicht nur bis das echtgürtige Lerden, sondern auch ein bisschen geschichtlich. Ich wette sogar, das habe ich damals auch erzählt. 100 Prozent. Wenn du ein bisschen Wissen aufgeschnappt hast, immer angehen, immer angehen, damit du so schlau rüberkommst. Verstehst du? So auf einen schlau machen. So. Würde ich sagen, gehen wir mal direkt hier rein. Und schau mal direkt die nächste Mission an. Wenn sie jetzt laufen würde und ich an jeder scheiß Ecke hängen bleiben würde. So, zur Seite mit dir. Die Unseligin. Evie beginnt ihre Ermittlung in Jacobs Unterkunft in der Hoffnung, dass ihr verschwundener Bruder ihr einen Hinweis zum Aufschwürden von Jack the Ripper hinterlassen hat. Inspektor? Im Bericht steht, dass Miss Nichols am Abend ihrer Ermordung ein Spektakel aus ihrer Trunkenheit gemacht hat. Könnte Jacob sie angestiftet haben? Als Köder meinen Sie? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll, Miss Fry. Jacob wohnte hier ganz in der Nähe, mitten im Herz dieses Sünden-Fools. Passen Sie auf. Verlassen Sie sich darauf. Okay. Jetzt haben wir nur mit dem gelabert, damit wir die Mission annehmen. Okay, alles klar. Schauen wir doch mal. Aber man merkt so ein bisschen an ihren Klamotten schon den Einfluss von Greeny, oder? So, mit dem Tuch und so weiter. Das ist, glaube ich, sogar... Könnte sogar sein Tuch sein? Auf jeden Fall sieht man so ein bisschen an der Montur. Das finde ich eigentlich ganz nice. Tonscherben. Hier gab es offenbar einen Kampf. Das ist ein brochener Spiegel. Der letzte Mord war großartig. Die Dame hatte gar keine Zeit zum Schreien. Wie soll die mich jetzt kriegen? Ich liebe meine Arbeit und werde sicher wieder anfangen. Bald musst du wieder von mir und meinem lustigen kleinen Spielchen hören. Ich habe auch noch was von dem roten Zeug meines letzten Werks in einer Limonadenflasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es wurde dick wie Kleister. Und ich kann es nicht benutzen. Rote Tinte wird ja hoffentlich ausreichen. Ach, das wird unterbrochen, oder was, wenn man da zurück... Ach, juhu. Äh, wirklich. Verstehe ich, warum man als Entwickler nicht daran denkt? Ach, krass, der hat fertig vorgelesen. Dann könnte man ja aus Reflex so zurückgehen. Weißt du, aber einfach Kreistasse oder B drücken. Nee, denkt man einfach nicht dran. Verstehe sowas immer nicht. Ich habe dich nicht deins, Bruder. Mehr Blutflägen. Naja. Okay, das ist kein Hinweis, was da in die Wand gehauen wurde? Okay, das geht. Ihr müsst noch irgendein Schüchterungswaffen. Ganz wie die, die wir von unseren indischen Brüdern kennen. Ja, Freunde, Indian-Setting würde ich auch nicht nein sagen. Wie gesagt, die Chronicles-Teile zählen für mich nicht. Die zählen, aber nicht für mich. Das letzte Mal, dass Henry, mein Bruder und ich und Sam war in Indien. Vor 15 Jahren. Als dieses Foto gemacht wurde, standen wir vor einem Tempel von Kali. Und das ist einer der Jungs, die Jacob in der Bruderschaft ausbildete. Wie nannten wir ihn noch? Haut rauf, Jack. Rücksichtslos und verschmitzt. Genau wie mein Bruder. Henry. Hm. Warum hätte man nicht einfach einen DLC dort machen sollen? Einfach in Indien? Verstehe ich nicht. Also wirklich, da wurden so viele Chancen ausgelassen. Ganz gut, ja. Obwohl, theoretisch, mit der Jack the Ripper-Thematik hätte man auch einen richtig krassen DLC machen können. Aber... Na. Na ja, man muss ja sagen, allgemein die DLCs von Assassin's Creed sind nie so wirklich mega krass. Es gibt Ausnahmen, aber die bestätigen dann die Regel eher. Es gibt eine Frau, die ihr helfen kann. Unseligerweise erinnert sie stark an unsere Nachbarin aus der Kindheit. Unseligerweise? Was will Jacob mir sagen? Wir haben Nelly geliebt. Meint er vielleicht unselige Frauen? Tja. Nelly könnte in dem Bordell nahe Jacobs Wohnung sein. Dort fange ich an. Na, warum hat Jacob denn in der Nähe von einem Bordell eine Wohnung? Oh, es geht. Evis Angstgeräte. Evi erlernte den Umgang mit Angstgeräten der indischen Assassinen als die Henry Green. Er sieht aber wirklich aus wie Henry, oder? Auf dem Bild. Oder? Vor allem sieht er voll groß aus. Viel krasser als Jacob. Ist ja wohl lächerlich. Junge. Krass, was hier ab geht eigentlich, ne? Scheiße, blöd. Hoffentlich weiß diese Nelly, wo du bist. Und kann mich zum Ripper führen. Wenn Jacobs ehemaliger Schüler der Ripper ist, dann ist er unser Ripper. Aber ich muss ihn aufhalten. Warum reiß ich dir nicht einfach? Schnauze hier. Was denkst du, wer du bist, ey? Haben Sie Nelly gesehen? Was wollen Sie von Nelly? Wer sind Sie? Wenn Sie eine Freundin sind, dann sind Sie vielleicht schon zu spät. Wo ist sie? Sie ist auf dem Weg zu Lady O. In Begleitung der Schläger, die uns bei der Stange halten sollen. Schnell, Sie können sie noch einholen. Jetzt komm schön mit, Nelly. Lady O erwartet dich schon. Ich will ja gar nicht. Lass mich los. Ich muss Nelly finden, bevor ihr was zustößt. Wahnsinn. Da ist die Kutsche. Nelly muss in diesem Gebäude sein. Verdammte Lektion. Alter, das war irgendwie ein bisschen sehr easy, jetzt gerade die Lode platz zu machen. Na, geht das? Schaffen wir es? Ja, okay. Ich muss mich recht, um den Herrschaften wehzutun. Psst. Nur keine Angst. Jacobs Schwester. Die können hier nicht reden. Bitte, er tötet mich. Dafür sorgt sie. Wer? Lady Owars. Jacob sagte, sie müssen sie töten, um ihn zu finden. Lächelt und seid freundlich. Sonst sage ich dem Ripper, wo ihr schlaft, meine Schönen. Dame Fry. Schnappt euch, Nelly, und sorgt dafür, dass uns diese Frau nicht folgt. Tja, keine Ahnung mehr. Na komm, rauf, 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 rauf. Diese Verfolgungsjagd. Musik immer in den Games, auch bei Assassin's Creed 3. Das ist mir so in den Kopf geblieben, gerade bei AC 3. Richtig geil einfach. Lady Ow. Nee, nein, 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 nicht. Ram, doch, Ram, oder? Äh, will ihr mich verarschen? Was ist denn hier? Äh, die KI ist so überschrott. Die ist so überschrott, alter. Oder? Die ist übertrieben schlau und hat mich einfach ausgetrickst. Das kann natürlich auch sein. Das ist da nämlich alles direkt zurück. Das war wahrscheinlich ein Erfinder einfach. Die Kutsche entführen. Ja, okay. Ja, zieh dich doch, Mensch. So. Wenn ihr die harte Tour wollt, dann kriegt ihr die harte Tour. Mein Gott. Was soll man denn sagen, weißt du? Einfach kurz einen Prozess machen. Zack, zack. Lally! Es tut mir so leid. Sie hat mich als Köder benutzt und floht zum Owars Anwesen. Und hoffte bestimmt, dass ich sie töte. Sie hat gewusst, dass sie kommen, Miss Fry. Lady Ow fungiert als Augen und Ohren des Rippers. Wenn sie stirbt, muss Jack aus seinem Versteck kommen. Hey! Ich werde bald nach ihnen sehen, versprochen. Lady Owars macht mich erwarten. Und ich möchte sie nicht enttäuschen. Ne gut. Ne gut. Ne gut. Jetzt direkt Attentat oder was? Oder wie? Oder wie? Oder was? Ah, okay. Nählich sympathisanten Aktivitäten. Ach, da kann man jetzt auch. Kann man das oder muss man das? Jack darf Londons Dirne nicht länger in Angst und Schrecken versetzen. Gut, vornehm, würde ich sagen, machen wir das noch, oder? Das Credo eines Monsters spricht wie eine Lady. Hey, wie hat Lady Owars in ihrem Anwesen im Nordwesten Londons als Ziel auserkunden? Machen wir das? Die machen wir noch für die Folge. Die Mission. Die Mission. Das ist aber eigentlich ganz cool, dass wir hier mal in so ein anderes Gebiet kommen. Was ist das denn jetzt? Einfach nur, um uns zu zeigen, ey die sind immun. Alles klar, gut ja, das Angst Feature, warum nicht? So, jetzt den hier, zack, den hier, zack und weg. Verschau sie im Garten, sagt er. Wie ein Hund seinen Knochen. Das ist falsch, sag ich dir. Und wenn ich der Nächste bin? Wir erwarten es frei. Alamiere die Männer und sei bitte diskret dabei. Wir haben hier ein Geschäft. Kommt, trinkt meinen Wein mit euren Honig-Litten. Dann erzähle ich euch eine Geschichte von Unnavieder-Talibe aus dem Orient. Du da, zurück zu den Gesten. Wenn Miss Frei uns nicht die Kehle aufschletzt, dann wird es sicher der Ripper zu. Okay, okay, okay. Okay, okay. Hier ist sie, hier ist sie. Ja, genau. Komm her jetzt, Jules. Und natürlich auch Mädels. Okay, 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 okay. Jetzt bin ich drinnen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo sie überhaupt ist. Wo ist sie denn überhaupt? Wo ist sie denn? Haben wir sie? Wo ist sie? Ach, über mir. Über mir. Okay. Ja, ich habe hier nichts zu suchen. Kann man hier rüberklettern? Das wäre natürlich zu geil gewesen. Schnell, schnell, schnell. Der Etage noch eine höher. Noch eine höher. Oh, shit. Äh, du Sau, du. Oh mein Gott. Die dumme. Gibt es hier keinen Eingang oder was? Komm raus, sonst hol ich die Hunde. Damit hast du nicht gerechnet, was? Wo gibt es denn einen Weg jetzt hier nach oben? Ich brauche irgendwie einen Leiter oder eine Treppe oder was? Hm. Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn hier eine Treppe nach oben? Du musst noch einen Stock weg höher, weißt du? Wer ist die? Die hat hier nichts zu suchen. Schnauze hier. Ah, hier ist einer. Komm. Mach ihn weg, ey. Oh, die Hunde. Bam. Ganz ruhig. Geil, oder? Geil. Jetzt den hier wegmachen. Zack. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein? Okay. Okay. Ist sie tot jetzt? Schnauze. Oh, Alter. Wee. Alter, was ist mit dem Körper? Was war das denn schon wieder? Ich sollte Ihnen danken, Miss Frye. Ich fürchtete den Tod durch die Hand des Rippers weit mehr als durch die Ehre. Was ist mit diesen Männern passiert? Der Ripper kümmert sich um ihr leibliches Wohl. Mr. Mr. Weversbrook gesellt sich bald zu Ihnen. Hoffentlich hat Jack sie noch nicht gefunden, Mr. Weversbrook. Okay, jetzt müssen wir eine Fluchtkutsche stehlen. Okay. Gehe ich den gleichen Weg wieder raus, Jungs? Schüss. Hey, schnappt sie euch! Was schnappt sie euch? Wir haben das wie Erwachsene. Wie Erwachsene, Alter. Dann komm auch alleine zur Schlägerei, du kleiner Bussi, du. Ich bin auf der falschen Seite rausgegangen. Tschüssi! Ich hab sie vor dem Rohr, das wünschst du dir vielleicht. Achso, ich muss anonym werden. Okay, Freunde. Ja gut, alles klar, wir schneiden. Ich muss wieder alle umbringen. Kein Problem. Oh, nice. Okay, gut. Geht's jetzt? Jetzt geht's. Okay. Ja, den einen oder anderen muss ich halt, wie gesagt, jetzt kurz mal umlegen. Gar kein Problem. Ich bin ja nicht so geizig, Kumpel. Willst du mich verschaukeln? Das ist schon die dritte diese Woche. Hey, du! Halt! Halt, du! Verflixt! Geh und sag's, Lady O. Sag du's hier. Ich brauch die Arbeit. Was? So ein geiler Sprecher für so eine Nebenrolle? Häftig. Ah, steht er. Seht ihr das? Seht ihr ihn? Freunde, wo ist Jack? Seht ihr ihn? Geil. Ja, wie gesagt, ey, Jack the Ripper Thematik ist schon, ey, jetzt sieht man es halt deutlich. Ist schon cool. Alter, ist er gerade gesurft? Ist er gerade gegrindet? Alter, was war das denn für eine Analyse schon wieder? Ey, wie gesagt, Jack the Ripper DLC, als er angekündigt wurde, damals hatte ich mich schon gefreut. Aber sie haben halt, wie gesagt, nicht so viel draus gemacht. Gut. Ist auch egal, Freunde. Das war's. Das soll auf jeden Fall reichen für die erste Folge. Habt ihr Bock auf mehr? Lasst einen Like da. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das auch unterstützen würdet. Gerade auch die Leute, die danach gefragt haben. Ja. So korrekt soll man schon sein. Und was will der? Der Fazke? Merkt ihr, Seattle Card ist krasser, okay? Jetzt. Ja, ja, jetzt gugelt er nämlich, weil du am Verbluten bist. So, das war's. Freunde, haut rein. Ciao.